Musik Na ja damit Den habe ich zufällig gefunden Ja ich weiß schon Ich weiß schon, ich weiß schon Ich bin ja da Ich bin gerade unten bei dir Weil hätte er mein Haus Wenigstens ganz abgebaut Hätte ich jetzt nicht mehr noch was zu machen Ah nein Es ist einfach zerstückelt Ich habe ihm die Arbeit genommen Er muss es jetzt nicht mehr restaurieren oder so Oh es ist Nacht Und da er mein Bett geklaut hat Habe ich jetzt einfach auch mein Bett Oh äh sein Bett Ein Bett war es noch schwarz Aber Und der hat einfach mal die Kisten verbrannt Alle Items von dem Haus lag da Außer das was in meinen Kisten war Das war weg Deswegen schätze ich Der hat mal eine Items verbrannt Hast du es gesehen? Ja ja Das ist echt hart Ich hatte mich da auch ausgelockt Weißt du, wie hat jemand Rüstung? Ja Ich habe die Sache geguckt Wer gewilft hat Wo ist du? Weil ich noch da war War alles heile Okay Warte, warte Bleibt mal stehen Ich schweige Ich schweige Ich schweige Was haben wir noch Ich gucke noch mal seine Bude an Lukas ist alles okay bei ihm oder? Ja, bei ihm ist alles okay Aber er hat jetzt auch seine Diamanten immer bei sich Weil er Angst hat, dass Justin die klaut Oh Gott, hier sind so viele Skelette, die so viel Böses an sich haben Ja, mal reingucken, ob da auch was vollgebaut ist Ich glaube von innen hat er sein Haus noch gar nicht Doch, doch Oh doch, mittlerweile hat er einen Boden Das ist sehr cool Ich war hier gestern auch schon drin Also ist er da war Echt? Okay Wollte ich mir sein Haus zeigen Ja, der hat noch weitergebaut, als ich schon weg war So, dann Ne, warte da lang Weil er wohnt hier so am anderen Ende der Welt Ich hab da Ich brauchte übrigens sechs Snacks gebrannten Stein Oh Gott Wegen Hab ich irgendwie noch mein Schild Ne, mein Schild ist auch weg Einfach über ein paar Bäume klettern So Immerhin mein Schild verteilt überall Ja Ich hab ein paar fiese Sachen bei seinem Haus tatsächlich gemacht Also ich hab ja als erstes sein Haus komplett zugebaut Also auch von innen gefüllt Oh 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 Keine gute Idee Oh Wie ist hier nichts Er platziert worden Mir ist alles gut Jetzt liegen Jetzt liegen unsere Items durcheinander Und mein Bett wurde blockiert oder zerstört Okay Das ist jetzt fängeln würde ich sagen oder Ich wollte eh woanders hinziehen Und die Sachen Das ist nicht wichtig, die farm ich mir neu Die erst habe ich schon unter einer Stunde gefarmt Das ist nur ein bisschen blöd, dass ich in der Nacht starte Ja Kannst meine alten Sachen haben, ne? Okay Oh Scheiß Gelände Fick dich Ach ne, warum musste der Creeper denn explodieren? Damit hätte ich gut die Schafe killen können So Drei Wolle habe ich Weißt du Warum habe ich den NM angegriffen mit Lowlife? Ich war schon ein bisschen blöd, muss ich sagen Ja, ich war nicht Lowlife, aber ich habe Aus Panik angefangen zu spammen Linksglück Und er sollte man in der Version nicht machen Ich sperre mich mal in einem Villagerhaus ein Und mache hier mein Bett Ein Bett will ich mir craften So Hast du ein Bett gerade? Oh Gott, bedeck mich mit Diamanten Diamantrüstung Retten Leben Was heißt Leben? Ich habe keine Also ich habe nur aufgesammelt, weißt du Nicht mal angezogen Ja Versuche ich da gerade nicht nochmal zu verrecken Auf der Flucht Wir sind Skeletten Ich lebe mich jetzt in dein Bett Kannst du kurz diskreten? Ich liebe es das Okay Äh Tag In die Richtung noch Ich habe wohl nicht in die Ich glaube, das war sein Berg Wo ich gerade vorstehe Äh Das kann gut sein Ich glaube, das war mein Justinsberg Nee, das war Justinsberg Und jetzt ist es Berg Hm Was haben wir alles noch hier liegen? Das kann ich ja gar nicht aussammeln Und ich habe es nicht komplett mit Steinen wieder gefüllt Muss ich zugeben Nur die erste Etage und die zweite Hier baue ich, das ist schön Nee, ist gut Was? Okay Aber wir laden gerade hier die Chancen Ich weiß nicht, was das heißt Achso Voller Schädel, ich komme jetzt gerade die Höhlen an Weil es ist ausgeleuchtet Soweit Die Diamanten waren übrigens nicht Justins Das waren was ich meine, ne? Soll ich die in die Extrakiste legen? Nee, die gehören jetzt dir Wie gesagt Und du meins? Ich komme ja erstmal nicht wieder Und bis dahin habe ich neues Equip 44 Leder, ich frage mich, wo die herkommen Die kommen wirklich von Justin Hä, das habe ich schon fast gedacht Aus seinen Kühen, zufälligerweise Neter Warzen? Und das ganze Essen, was ich dabei hatte auch Und die Neter Warzen auch Hast du den Verzauberungstisch aufgesammelt? Ja, ja Okay Ich muss mich gerade entscheiden Was nehme ich mit und was nicht hier vom Boden Das ist eine schwere Entscheidung Ich glaube die coolsten Sachen habe ich alle Oh man, oh man Ich bin aber recht nah am spawnen diesmal Der Vorteil ist halt wirklich, wenn man weit weg wohnt, dann trollt keiner So, krass Ja, das sagt mal laut Wenn man, ähm, weit weg wohnt, trollt keiner Vielleicht funktioniert das ja jetzt auch bei euch Ich meine meine, da unten in der Basis ist ja auch ein Obsidian Block Ne, das ist so ein Kohleblock Achso Ja, hab ich selber platziert, weil ich gucke mal, wie das aussieht Ja, aber das ist unbekannt Ja, der Block war mir unbekannt, deswegen Also, versteht sich Ich hab nur gewusst, es gibt doch große Blöcke Aber ich gucke, wie das geht und dann hab ich den gemacht Ja War, weil ich war interessiert, wie das aussieht Ich bin auch kaputt von der Arbeit Beruhig, dass ich wieder geschlafen war Aber nächstes Mal wird schlicht Also, wenn der Mord zu Ende ist Okay Jetzt kraft ich mir meine Axt Eine schöne Holz Axt Alles ein bisschen ärgerlich gelaufen hier, ey Ja So kann man es auch nennen Weißt du, ich hab mich dann schlafen gelegt, ne Und dann schreibt er so Ich dachte, wir wären Freunde Ich hab angefangen, ihr Freund zu akzeptieren Und dann gehst du einfach Vielleicht, weil ich müde war, Sherlock Und da ist das zu enthergeholt Was, ich verstehe es nicht Ich bin, äh, gestern einfach, das gesagt, wie es mich alle vollgelauert haben, ne Was soll, ja Ich weiß nicht, ob ich das selber war, ne Ah, ich glaub, das war ich mit dem Kabelstuhl Weiß ich nicht Egal Okay, meine Tastatur hat gerade gehakt Und sie wollte das schreiben Warte Ein Opfer Was ist denn ein Opfer? Ich meine es nicht So, jetzt bin ich wieder unmuted Hast du, du warst so gemütet Ja, krasser Boy Ja Tatsächlich, ausnahmsweise Ich hab ja meinen gelben Mutalkkey 4 5 6 7 8 Schatz Ich will gar nicht wissen, wie es mir für die hunderten Folge aussieht. Also entweder eskalierter ist oder es hat sich ein System aufgebaut. So was traust du uns zu? Wollte ich mir zwei Items kraften. Ja, Minuo Seishin hat eben mein Kanal abonniert. Interessant. Danke. 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 Ah, mein Mann. Das ist ein schöner Ort zum Bau hier. Weil der böse Justins ja geschafft hat mir aus der Stadt zu jagen. War ja nicht meine Stadt. Ja, ich weiß. Wir waren einfach ein paar Völkern, bis ich in den Wald niedergeblas satzt und irgendwas bauen wollte. Ich glaube, ich töte noch ein paar Kühe. Ja, das machen die hier echt. Ja, ich auch. Ja, lecker Fleisch. Ja, lecker Fleisch. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt allerdings. Weil er hatte halt nichts zu tun wahrscheinlich, wenn man langweilig und dann hat er das getan. Genau. So hat sich das schon ein bisschen angefühlt. Genau. So war so. denke ich. Und Justin hat gesagt, Anakin hat den Obsidian Block bei mir platziert. Vielleicht, weiß ich nicht. Ah, Lucas hat gesagt, dass Justin da schon gesagt hat, dass Anakin, dass er sagt, dass Anakin das war. Schmerz in der Aufnahme überprüfen und ich weiß ja ungefähr auf welchem Problemstand das war. Ja. 23. Ja. 24. So, jetzt wird es dunkel, wollen wir schlafen gehen? Okay. Ich muss kurz hochklettern hier. Ach... Ja… Das hab ich schon gekratzt. Ja, mein Kopf. Ich kratze ganz auf mein Rücken. Oh, weil er so kaputt ist, weil du rückenschmerzen bekommst. Hallo? Hühnchen, wo warst du damage? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber du wirst dich ja mal so zu tun. Und du wirst dich so gut zu erzählen. Ich bin das, ich bin nicht das Hühnchen. Tonzummen, aha. Ja. So. Gebratenes Hammelfleisch. Kartoffeln, okay. So, ich bin das Hühnchen, ich bin das Hühnchen. Es ist so schön. die welt wie wir sie kennen wird brennen wird sie das ich hoffe nicht stelle vor gestern würde irgendwann irgendwas an deinem haus machen wie würdest du dich fühlen gestört gestört das definiert ist eigentlich ziemlich gut ich bin das stimmt was abgehauen ja stimmt mache ich ja jetzt auch irgendwann komme ich wieder vielleicht meine um deine mission zu beenden ich wohne dann einfach als untermieter bei lukas er weiß davon nur noch nichts ach so die verträge unterschrieben hast du selber geschrieben klar wenn schon denn schon ich mache gerade auf jeden fall speedrun weil mein haus ist fertig ich habe ein flachdach ich möchte hier noch meine sachen wieder zusammen fahren und dann möchte ich wieder zurückkommen und dann geht das spiel verlassen ich möchte kurz so viel meingriff kurz für den moment okay wir uns in der nächsten folge ciao